Was geht meine Anime-Freunde? Willkommen zurück in meinem Kanal. Heute mal wieder zu einer Reaction. Es ist schon lange her, dass wir mal auf was, ähm, ja, Normales reagiert haben. Ich bin mal wieder beim guten Ferus unterwegs und der hat ein cooles Thema angesprochen, was sonst immer nur Hados vorbehalten ist. Auf den können wir auch gerne reagieren, wenn ihr wollt. Denn der Titel lautet, aber RT2 hatte nicht nur Anime. Und das ist was, was wir, glaube ich, immer wieder vergessen. Es gab auch noch sehr coole andere Serien da. Es gab übrigens auch noch sehr coole andere Serien, auch nicht-Animes auf anderen Sendern, wie Kabel 1, ProSieben, RTL, Sat.1, ja, Sat.1 hat auch mal Zeichentrick gezeigt, ähm, oder Cartoons, wie ihr es nennen wollt. Ähm, ja, und dazu gehörten unter anderem einige meiner Lieblingsserien sogar, wie zum Beispiel Teen Titans. Oder das, was sehr oft seine Szenen recycelt hat, aber trotzdem irgendwie interessant war, Galactic Football. Aber gucken wir mal rein, was Ferus dazu sagt. Hat mit ihrem Anime-Programm Ende der 90er und Anfang der 2000er einen gigantischen Hype für die japanischen Animationsserien losgetreten. Das war wirklich eine massive Welle und hat RTL2 auch damals den Ruf als der Anime-Sender eingebracht. Im Prinzip verdanken wir den Verantwortlichen zu einem großen Teil, das Anime hierzulande Fuß fassen konnte. Und der Begriff so langsam bei vielen Leuten überhaupt im Wortschatz angekommen ist. Denn bevor Sailor Moon, Dragon Ball, Pokémon und Co. Einzug ins deutsche Fernsehen fanden, wurden Anime wie alle anderen animierten Serien als Zeichentrick bzw. Cartoon bezeichnet. Was ich halt super schade finde immer noch und auch glaube ich jeder von euch bestätigen kann, dass RTL2 irgendwann gesagt hat, ja okay, ne lohnt sich nicht mehr, wir ersetzen das durch Berlin Tag und Nacht. Da bin ich aus allen Wolken gefallen, alter. Nicht nur die Sitcoms abgeschafft, sondern auch noch die Cartoons und Animes und dann irgendwie auf den Samstag verbannt, aber dann auch irgendwie um 6 Uhr morgens, wo eh kein Schwanz wach ist. Also zumindest ging es mir so. Weil wenn ich von der Schule mal frei hatte, hatte ich natürlich keinen Bock um 6 Uhr morgens aufzustehen oder meistens auch nur Wiederholungen zu gucken. Das macht mich bis heute, ich bin 35 und das endete irgendwie als ich, keine Ahnung, 20 war glaube ich. Es macht mich bis heute tief traurig. Und viele andere von euch glaube ich auch, weil man sieht es ja auf der Dokumi oder wenn die Petra Scherer heißt, glaube ich, ihre Konzerte gibt, was da immer noch für Fans von damals über sind, ne? Selbst RTL2 hat später mit angefangen und bei Vampy zum Beispiel gab es lange Zeit keinen Unterschied zwischen Anime und Zeichentrickserien. War auch ehrlich zu der Zeit nicht weiter wild, besonders weil in den ersten Jahren des Senders das Kinderprogramm hauptsächlich aus Cartoons bestand. Und vor allen Dingen, wenn ich das jetzt sehe, ich muss euch das zeigen, das geht jetzt nicht anders. Ich habe ja schon in einigen Streams davon geredet, ich habe es auch in einigen Streams schon gezeigt. Es gibt ja eine Firma und der muss ich unglaublich dankbar sein, denn die hat viele alte Sachen zurückgebracht, die auch früher auf RTL2 liefen und gut, das ist jetzt nicht so die jungen Serie, aber das war so das andere Sailor Moon, was ich so damals kannte. Das lief nämlich auch auf RTL2. Prinzessin Starla und die Kristallretter, aus heutiger Sicht alter, fürchterlich gealtert an manchen Stellen, weil die hatten inzwischen so 3D-Animationen, die fürchterlich waren, aber war trotzdem okay. Okay, dann Street Sharks, die, wie manche von euch vielleicht gar nicht wissen, Connection mit den Extreme Dinosaurs hatten, aber die Folge, wo das Crossover war, hier nie ausgestrahlt wurde, weil die kamen, glaube ich, mit ungefähr 5 oder 6 Jahren Abstand zueinander in Deutschland raus. Hat übrigens auch zwei Vertonungen, weil eine davon ist ein bisschen whack, sag ich jetzt mal. Ich hab sogar die Filme von Elvin und die Chipmunks, die auch ein bisschen cringe sind, weil sie halt Alvin, Theodor und Simon da genannt werden. Und einer meiner Lieblingsserien früher, weil die einfach so bescheuert war, dass sie schon wieder cool war, die Super Mario Bros. Super Show und alle von der Firma Pidex. Sogar zu einem, ich finde, noch relativ angemessenen Preis. Das änderte sich dann mit dem Anime-Hype drastisch und plötzlich waren die westlichen Animation-Serien in der Unterzahl. Viele davon sind inzwischen vergessen oder wurden durch die Anime überschattet. Ist das Dodo? Und weil ihr mich häufig nach bestimmten Zeichentrickserien gefragt habt, gönne ich mir in diesem Video einen Urlaub von Anime und wir tauchen ab in das stellenweise vergessene RTL 2 Cartoon-Programm. Zum Urlaub gehört auch irgendwie das richtige Setting. Kleinen Moment. So. Das hätten wir. Ich schnapp mir dafür ein paar Serien, die ich damals gern geschaut habe. Alle durchzugehen, wäre wohl einfach zu extrem. Aber falls ihr welche vermisst, haut sie auf jeden Fall in die Kommentare und vielleicht machen wir ein paar zwei. Ja man, die kenne ich auch noch. Und auch da kann ich euch sagen, Itsy Bitsy Spider nirgendswo zu finden. Nirgendswo. Gibt es nicht auf DVD, gibt es nicht als irgendwie RIP, gibt es nirgendswo. Vielleicht doch irgendwo eine Folge hier auf YouTube, aber die komplette Serie findet ihr nirgendswo. Und das geht noch sehr, sehr vielen Cartoons so, wie zum Beispiel kennt noch einer Bogus, das lief früher mal auf Kabel 1. Ich glaube die Muppet Babys findet man auch nirgends. Ähm, wie hießen die nochmal? Creepy Crawlers. Auch nirgendswo gefunden. Ähm, Samurai Pizza Cats bis heute ist zwar eigentlich auch irgendwo ein Anime, aber bis heute nirgends gefunden. Also es gibt so viele verschollene alte Kinderserien, wo ich sehr traurig bin. Metabots. Wir starten mit einer Serie, die zwar auf Premiere seine Erstausstrahlung feierte, aber ganz ehrlich, ich hatte 1995 keinen Zugriff auf den Sender, beziehungsweise hatte ich den danach auch nie. Dafür war Itsy Bitsy Einer spinnt immer, ein paar Monate später ebenfalls auf RTL 2 im Free TV zu sehen und wurde mit seinen 26 Folgen mehrmals wiederholt, sogar noch bis Anfang der 2000er. Ich meine, ihr habt eben schon einen Teil des Ultra-Catchy-Intros gehört und ich habe das Lied als Kind dermaßen gefeiert. Die Serie... Ich find's aber auch krass. Kennt ihr noch? Das war ganz, ganz zu Anfang. Da war ich vielleicht... Boah, lass mir die Lügen 3. Es gab noch die Serie Shoe People. Nie wieder gesehen im Nachhinein. Und es gab noch... Kennt ihr Hong Kong Fu, Alter? Ich schwöre es euch, allein der Name strahlt doch schon Rassismus aus. Hong Kong Fu. Er hat Hände aus Stahl. Die Serie beruht auf dem Kinderreim bzw. Kinderlied Itsy Bitsy Spider, mit dem das Opening auch kurz beginnt und bekam 1992 einen Kurzfilm, worauf ein Jahr später in den USA dann die gleichnamige Serie folgte. Wir hatten hier in der Regel immer einen sehr ähnlichen Ablauf. Die Spinne Itsy taucht irgendwie immer in der Nähe von der unter Spinnphobie leidenden Adrian und ihrem Kater längsten auf, die, sobald sie Itsy sieht, in Panik gerät und am liebsten direkt alles abfackeln möchte. Und ich denke, jeder, der vor Spinnen Angst hat oder sich ekelt, kann es so ein wenig nachvollziehen. Sie greift dann oft auf den Kammerjäger zurück, auf den sie ebenfalls ein Auge geworfen hat. Der wiederum ist nicht die hellste Leuchte am Himmel und fackelt tatsächlich fast immer alles ab. Außer die Spinne natürlich. Itsy hingegen hat noch die Schülerin Leslie auf seiner Seite, die ihm oft aus der Patsche hilft oder manchmal auch umgekehrt. Ab und zu wechseln die Settings, dann ist plötzlich alles ein wenig anders oder zum Beispiel in der Vergangenheit angesiedelt. Aber die Rollen bleiben dabei relativ gleich verteilt. Es war wirklich eine sehr schöne Kinderserie, die natürlich absolut keinen Tiefgang hatte, ich aber trotzdem die besten Erinnerungen damit verbinde. Irgendwas für das perfekte Strandfeeling fehlt noch, ein Cocktail. Zum Glück hat mein Partner Hody dafür genau das Richtige am Sch... Habe ich auch auf DVD. Ein Ticken mehr Abwechslung innerhalb der Geschichte als bei Itsy Bitsy haben wir bei die Glücksbärchen. Da gab es sogar zwei verschiedene Serien von und einen Film. Der Film war auch ganz nice, den habe ich früher auch sehr gerne geguckt. Habe ich sogar auch auf DVD hier. Aber es gibt zwei Serien. Die eine ist, glaube ich, nur mit den Glücksbärchis und die andere ist, in Anführungszeichen, ein bisschen neuer, meine ich. Da sind die halt schon mit den anderen Tieren und so weiter auch. Peace. Auch hier schummel ich ein wenig, weil die Serie zuerst auf RTL Plus lief. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass viele eher RTL 2 mit den Bärchen verbinden. Ich wusste nicht, dass es früher RTL Plus gab. Zu den Glücksbärchis gab es über die Jahre verschiedene Filme, Specials und Serien. Aber ich rede natürlich von den Folgen mit dem kultigen Intro-Song. Hier gab es zwei Staffeln. Eine mit elf Folgen und eine mit 49, von denen 44 auf Deutsch synchronisiert wurden. Ich weiß, eigentlich ist alles etwas komplizierter, da es zwei verschiedene Serien sind. Eine produziert von DIC Entertainment und die zweite von Nirvana Limited. Und auch nur die Nelvana Serie hatte zu Beginn den legendären Satz, ich möchte ein Glücksbärchi sein im Deutschen. Ihren Ursprung hatten die Glücksbärchen eigentlich als Gußkartenfiguren, die dann so beliebt wurden, dass sich das Ganze verselbstständigt hat und plötzlich Merchandise, Filme, Serien und Games folgten. Und jetzt kommt's, Oda hat uns in One Piece belogen und eigentlich leben über den Wolken nicht die Schandier, sondern die Glücksbärchis. Dort überwachen sie in der Serie die Erde. Imagine, Alter, Oda hätte das eingebaut, dass da einfach so Bären rumrennen mit so einem Zeichen auf dem Bauch. Und helfen Menschen, die traurig sind oder allgemein Schwierigkeiten mit etwas haben. Mit einem Einsatzquat der besten Bärchis, die helfen Menschen, die traurig sind und, Digga, die sind ja komplett unterbesetzt jetzt, oder? Nach Corona, nach, äh, hier, Ampelregierung, nach, äh, Ukraine-Krieg. Ich schwör, die, die, die brauchen doch jetzt zwei Millionen Mitarbeiter. Gieß, die für diese Mission geeignet sind, machen sie sich auf den Weg und helfen, wo es nur geht. Dabei hat jeder Glücksbärchi eine eigene Eigenschaft, die gut aus dem Namen zu erkennen ist. Es gibt zum Beispiel den Schmusebärchi, Freundschaftsbärchi, Sonnenscheinbärchi oder den Liebmichbärchi. Wobei, im Erwachsenenalter kann jeder sich wahrscheinlich eher mit dem Brummbärchi identifizieren. Ich würde mir die Serie nicht nochmal ansehen, weil heute alles eher wie ein absoluter Fiebertraum wirkt und ich mir so eher die Hölle vorstelle, als... Nein, die Serie ist tatsächlich, ich hab die zwischendurch hier und da nochmal eine Folge geguckt, immer noch in Ordnung. Kann man sich immer noch geben, besonders wenn man ein Kind dabei hat, ist das auf jeden Fall empfehlenswert. ...den Himmel. Aber gerade als Kind hat man hier bestimmt so ein paar gute Lektionen mitnehmen können. Bestes Intro, ja? Lasst uns etwas Story-lastiger werden mit den Teen Titans. Ich weiß, ist ein heftiger Bruch von den Glücksbärchis zu dem hier. Aber dafür haben wir hier eine Serie, mit der gerade Anime-Fans sich sehr gut anfreunden konnten. Kann ich mal dazu sagen, dass ich irgendwie immer einen heftigen Crush auf die beiden Mädels hatte, Firestorm und hier Raven. Damals so, mit, keine Ahnung, 12. Da hier viele Elemente aus dem Bereich übernommen worden sind. Die Teen Titans basieren auf dem gleichnamigen Superhelden-Team aus dem DC-Comic-Universum. Mit unter anderem Robin, Starfire, Raven, Cyborg und Beast Boy. Die Serie hatte zwar einige rein episodische Handlungen, aber durchaus immer wiederkehrende Plots, die dann stellenweise schon recht düster geworden sind. In den ersten beiden Staffeln war es zum Beispiel die Geschichte rund um den Bösewicht Slade, der unbedingt Robin zu seinem Schüler machen wollte. Romantik kommt gerade in Bezug auf Starfire und Robin nicht zu tun. Slade? Meint doch Deathstroke, oder? Was für ein Slade? Das ist doch Deathstroke gewesen, oder? Bin ich jetzt irgendwie, stehe ich auf dem Schlauch? Ist doch nicht Slade. Zu kurz, da erinnere ich mich noch an unzählige Herzschmerz-AMVs, die es zu den beiden auf YouTube gab. Jeder der Charaktere hatte in irgendeiner Form einen Wunsch oder ein Geheimnis und entwickeln sich dabei charakterlich als auch körperlich weiter. Ich hatte unheimlich Spaß an der Serie und es wäre tatsächlich ein Cartoon, wo ich mir ein eigenes Video zu vorstellen könnte. Dass man sich hier stark an Anime inspiriert hat, hilft dabei ganz bestimmt. Gerade die ganze Geschichte mit Terra hat mich gefesselt. Da hätte ich gern erfahren, ob es noch mit ihr weitergeht. Da liegt auch irgendwo am Ende das größte Problem. Die Serie wurde nach zwei Staffeln von RTL 2 nicht mehr fortgesetzt. Und damit fehlen uns drei weitere Staffeln, die hier nie erschienen sind. Aber gut, die Serie wurde... Jo, da kann ich mich noch dran erinnern. Genau, ich hatte mal irgendwann im Internet gesehen, dass das Ding fünf Staffeln hatte. Und dann dachte ich so, boah krass. Weil man hat das ja früher nicht so vor Augen gehabt, wie viele Folgen wirklich eine Serie hatte. Und dann habe ich auch gesehen, ne? Staffel 3 nur in Englisch? Warum? Wurde eh mit der fünften Staffel in den USA abgesetzt. Trotzdem mega schade, dass wir nie eine komplette deutsche Umsetzung bekommen haben. Besonders, weil der Nachfolger echt scheiße war. Das war auch ne voll unterschätzte Serie, finde ich. Eine weitere Serie, wo ich mir in Zukunft ebenfalls vorstellen könnte, ein eigenes Video zu machen, ist Wings Club. RTL 2 hatte ziemlich schnell das Potenzial der Reihe entdeckt. Denn nicht einmal ein halbes Jahr nach der Premiere in Italien strahlte der Sender die erste Folge im Juli 2004 hier aus. Inzwischen umfasst Wings Club acht Staffeln mit 208 Folgen, mehreren Filmen, Specials und einer Realserie bei Netflix. Unter dem Namen Fade the Wings Saga. Die übrigens auch schon wieder abgesetzt wurde, weil Netflix. Ich habe aber auch gehört, also ich meine, Hados hatte dazu auch Videos gemacht, meine ich, mal gesehen zu haben. Und da sollen die letzteren Staffeln irgendwie immer so das Power Ranger mäßig übernommen haben, was sie früher gemacht haben. Oh, es kommt ein Gegner, wir brauchen neue Power. Also kriegen wir jetzt diese Power, die aber in der nächsten Staffel wieder völlig unwichtig ist. Weil da brauchen wir wieder eine neue Power und benutzen die alte nie wieder. So in die Richtung. Diese Comicreihen sind rund um die Feen entstanden. Also wirklich eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, die dahinter steht. Wer tatsächlich in den ganzen Jahren es geschafft hat, sich dem Phänomen komplett zu entziehen, hier stehen die Feen Bloom und ihre Freundinnen im Fokus. Die die Feenschule Alfea besuchen und dort den titelgebenden Wings Club gründen. In einer solch magischen Welt ist selbstverständlich nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern neben zwischenmenschlichen Problemen gibt es da auch noch magische Wesen, die eher der dunklen Seite zugewandt sind. Also kommt es unter anderem zu Schlachten und Kämpfen zwischen den Gruppen. Während die Feen weiter... Wäre vielleicht in der Realserie auch mal irgendwann geklärt worden, kam aber nie dazu, weil, wie gesagt, noch zweiter Staffel abgesetzt. ...versuchen ihren Abschluss zu machen. Typischer Kram halt auf Zauberschulen. RTL 2 strahte damals nur die ersten beiden Staffeln aus, bevor die Serie dann 2007 zu Nickelodeon wechselte. Wobei die achte Staffel bis heute nicht auf Deutsch umgesetzt wurde. Selbst wenn ich nie der Hardcore-Fan der Serie... ...habe ich gesehen, wie sich der Zeichenstil verändert? Boah, ich hasse das. Ich hoffe, der kommt gleich noch zu Ben 10. Da ist das nämlich auch so gewesen. Ich habe die Serie geliebt. Zeichenstil hat sich verändert. Danach direkt... Nee. Nee. Wisst du, was ich meine? Auch Glücksmäßig hat neue Folgen. Aber... Nee. Serie war, habe ich es tatsächlich regelmäßig auf RTL 2 sehr gern verfolgt. Und dann beim Senderwechsel aus den Augen verloren. Bis ich mich dank der Netflix-Serie wieder etwas mehr damit beschäftigt habe. Und hier muss ich wieder eine Lanze für die Italiener brechen. Ihre eigenen Produktionen sind so gut umgesetzt. Und da haben wir gleich noch eine weitere auf Lager. Doch erstmal kommen wir zu einer französischen Produktion, die ihr euch schon recht häufig in den Kommentaren gewünscht habt. Aber vor 15 Jahren erschütter eine mysteriöse Explosion, Echilien, raubte uns den Flachs und damit auch jede Chance auf den Galactic Football. Das Einzige, was mich an dieser Serie gestört hat, ist... Sie wurde spektakulär umgesetzt. Alles cool, ne? Aber die Animationen, die wurden so häufig recycelt. Ich schwöre, in jedem Fußballspiel... Guckt euch das nochmal an. Das ist wie bei Power Ranger. Ständig wird immer die gleiche Animation benutzt. Wirklich der gleiche ist... ist die gleiche Szene immer wieder einfach nur neu eingespielt. Wir wurden von der Föderation beauftragt, einen abtrünnigen andorianischen Agenten auszuschalten, der sich im Mos... Galactic Football war zuerst auf JetX zu sehen, aber die Free-TV-Premiere fand bei RTL 2 Anfang 2007 statt. Es war ein Mix von 2D- und 3D-Animationen, wobei die 3D-Animationen... Genau das meine ich. ...vor allem auf dem Fußballfeld eingesetzt worden sind. Dafür, dass die Serie so langsam Richtung 20 Jahre geht, kann man sich die 3D-Sachen auch noch heute ganz gut ansehen, ohne unbedingt Augenbluten zu bekommen. Ich schwöre dir immer, wenn der Gegner was abgeblockt hat, wenn der Gegner seinen Schuss gemacht hat oder die ihre Siegespose gemacht hat, immer recycelt. Immer wieder die gleiche Animation. Die 3 Staffeln mit insgesamt 78 Folgen wurden auf Deutsch umgesetzt und im Intro eben habt ihr auch schon einen kleinen Story-Abriss bekommen. In einer weit entfernten Zukunft existiert die magische Energie Flux, die einem unglaubliche Kräfte verleiht. Sie wurde für einen galaktischen Krieg verwendet und wurde deswegen verboten und darf aus Gründen, die sich mir nie ganz entschlossen haben, nur für Galactic Football eingesetzt werden. Auf einem Planeten, wo der Flux verschwunden und eine Eiszeit ausgebrochen ist, wird dann ein paar Jahre später die Mannschaft Snow Kids gegründet, die wir dann innerhalb der Serie verfolgen. Von Action bis Romantik war bei Galactic Football eigentlich alles dabei und hat definitiv seine Fans damals gefunden. Es ist halt wirklich abgedrehter Fußball, der hier gespielt wird. Da sind die Superschüsse bei Zubasa ein Witz dagegen und wirken schon fast ultra realistisch im Vergleich. Wer die Serie nur auf RTL 2 verfolgt hat, wird auch hier nicht alle Folgen gesehen haben, da der Sender nur die ersten 26 Episoden mehrmals wiederholte. Für den Rest brauchte man dann Jetix, da Galactic Football auch nie komplett auf DVD bei uns erschien. Ja, okay, das meine ich doch. Aber naja, das Konzept von vier Folgen auf einer DVD für 20 Euro oder mehr hat in Deutschland auch noch nie sonderlich gut funktioniert. Weder bei Anime noch bei Zeichen. Das ist auch ekelhaft, weil überlegt mal, ihr kauft euch One Piece und da sind irgendwie vier oder acht Folgen nur drauf und ihr zahlt 20 Euro. Digga, ihr zahlt euch dumm und dämlich daran, ne? Deswegen, klar, wartet man darauf, bis so eine Collection kommt, die vielleicht 300 Euro kostet, aber damit noch hundertmal günstiger ist als normal. Das finde ich auch... Also wenn das in Japan auch so ist, dann finde ich das aber auch ein bisschen frech, Alter. Zeichentrickserien. Das war auch ne geile Serie. Mit Hantic haben wir die zweite Zeichentrickserie aus Italien. Mir fällt noch eine Serie ein, die auch optisch meiner Meinung nach so ein bisschen ähnlich war. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, aber früher gab es ja den Reno-Schuhladen. Und ich weiß nicht, warum nur da, aber es gab bei denen immer so Videokassetten, oder waren es damals schon DVDs? Ne, ich glaube, es waren Videokassetten von Johnny Quest. Und der hatte auch, glaube ich, Spiele und der hatte auf jeden Fall auch Merch, weil ich weiß, ich hatte damals, glaube ich, eine Johnny Quest-Figur. Den findest du auch nirgends wo. Nirgends. Ich finde das so schade, dass diese Sachen so verloren gegangen sind. Aber die Serie fand ich auch mega cool. Ich weiß nicht, ich unterbreche so oft das Video. Die auch noch vom selben Schöpfer stammt wie Wings Club. Ich bin immer noch etwas erstaunt darüber, wie die Serie es damals geschafft hat, mich in den Band zu ziehen. Also sie hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich war etwas überrascht, als ich gesehen habe, dass Hantik erst 2009 auf RTL 2 ausgestrahlt wurde. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass die Serie so um die 2004 dort lief. Aber nein. Zum Glück hat das geniale Intro mich aus der Schockstarre befreit. Insgesamt hatte Hantik leider nur zwei Staffeln mit 52 Folgen, wobei RTL 2 wieder einmal nur die ersten 26 Episoden gezeigt hat und der Rest dann ein paar Jahre später auf Nickelodeon lief. Die Serie hatte... Das erklärt auch... Ich hab immer so gedacht so, hä? Diese anderen Folgen... Ich hab die Serie mal irgendwann zu Ende geguckt. Kann man auf jeden Fall sich geben. Ich glaub, das war auch abgeschlossen am Ende. Und hab mir so gedacht so, hä? Die Folgen kenn ich gar nicht von RTL 2. Wo kommt diese zweite Staffel her? So ein wenig den Indiana Jones-Style mit der Suche nach Mythen und Legenden mit teils abgedrehten übernatürlichen Artefakten, Kräften und Kreaturen. Hauptplot ist die Suche nach dem Vater von Locke, der vor Jahren verschwunden ist. Und dabei wird er von Sophie sowie Dante und Salia von der sogenannten Hantik-Vereinigung begleitet. In der ersten Staffel stellen sie sich dann noch einer bösen Organisation. Die komischerweise auch nur aus den drei Leuten besteht, die ganze Hantik-Vereinigung, weil alles andere war irgendwie nie ersichtlich da. Ich kann schwer einschätzen, wie beliebt die Serie hier war. Aber wie gesagt, mir hat sie wirklich gefallen. Sogar anscheinend so gut, dass ich 2009 immer noch dafür RTL 2 eingeschaltet habe, obwohl ich zu dem Zeitpunkt selten den TV überhaupt laufen hatte. Also da hatte RTL 2 eh kaum noch neue Anime im Angebot. Außer Yu-Gi-Oh 5Ds und Naruto Shippuden kam da nicht mehr viel. Hantik konnte auf jeden Fall gerade mit dem Abenteuerfaktor und den Beziehungen unter den Charakteren gut punkten. Außerdem hatte Dante den deutschen Sprecher von Kakashi, was mich irgendwie direkt gehuckt hat. Wirklich schade, dass die Serie nach Staffel 2 nie fortgesetzt wurde. Definitiv zu kurz. Okay, da bin ich raus. Ein bisschen Butt-Head fand ich mal unglaublich hässlich. Als Bonus werfe ich jetzt nochmal eine extra für Erwachsene produzierte Zeichentrick-Serie in das Video, welche die meisten von euch garantiert kennen oder zumindest davon gehört haben. Beavis and Butt-Head. Die Serie lief natürlich nicht im Kinderprogramm, sondern wurde abends ausgestrahlt. Eigentlich wurde sie sogar von MTV produziert, doch die deutsche Umsetzung gab es erst 1995 durch RTL 2. Die Sendung war zu 100%. Das Ding ist, wer Satellit früher hatte, also Satelliten empfangen, der kannte das auch schon vorher, genauso wie Space Ghost hieß der, glaube ich, damals. Weil es gab ja den super tollen Sender, der hinterher auch bei Sky war, Cartoon Network. Und da liegt der Scheiß auch. ... nicht für jeden etwas mit dem stumpfen Humor, der einen kritischen Blick auf unsere Gesellschaft werfen sollte. Dabei haben Beavis und Butt-Head oft Musikvideos kommentiert, Unsinn angestellt und durch ihre nicht ganz ausgereiften Lesekenntnisse sind sie oft in Schwierigkeiten geraten. Dabei ist es eigentlich nur ihr großes Ziel, bei einer Frau zum Stich zu kommen. Also ihr merkt, ernst nehmen konnte man die Serie zu keinem Punkt. Genießt aber bis heute einen unglaublichen Kultstatus. RTL 2 gab sich bei der deutschen Umsetzung sogar richtig viel Mühe und ließen stellenweise die Videoclips und Musikvideos austauschen, um sie mehr auf das deutsche Publikum auszurichten. Also zum Beispiel wurde dann ein Song von die Ärzte eingebaut, was im englischen Original dann natürlich was ganz anderes war. Gerade für Anime-Fans sind die beiden Synchronsprecher der Rollen was ganz Besonderes. Denn hier hatten Julien Hageisch alias Kaito Kid und Tommy Son Goku Morgenstern ihre ersten großen Hauptrollen. Leider kam die Serie bei RTL 2 nicht so lange gut an und wurde dann wegen schlechter TV-Quoten nach 30 Folgen abgesetzt. Premiere führte es später auf Deutsch fort, nur ohne die aufwendige Bearbeitung der Folgen. Aber hey, Beavis und Butt-Head war auch nicht die einzige Zeichentrick-Serie, die an Erwachsene ausgerichtet war, die RTL 2 ins Programm genommen hat. Ihr erinnert euch vielleicht. Ich habe versucht, aus jeder Generation ungefähr eine Serie mitzunehmen. Von Anfang der 90er, als RTL 2 gerade frisch gestartet ist, bis zu dem Punkt, wo der Sender sein Kinderprogramm... Jo, Captain Z, habe ich auch noch ganz vergessen. Den findet man auch nirgends so mehr. Es gibt halt noch eine ganze Menge Serien, über die man sprechen könnte. Dazu gehört Captain Z, die Traumpatrouille, Der Traumstein, Als die Tiere dem Wald verließen, lief früher, glaube ich, auch auf RTL 2. Habe ich übrigens auch auf DVD, muss ich nochmal irgendwann gucken. Dann gab es noch Creepy Crawlers, Martin Mystery, der lief, glaube ich, auch am Anfang... Doch, der lief, glaube ich, am Anfang auf RTL 2. Die Shoe People, hatte ich ja auch schon erwähnt. Hong Kong Fu, gut, ist jetzt nicht so ein krasser Cartoon gewesen. Eve Cliff, lief früher auch auf RTL 2. Was gab es denn noch? Ja, Street Sharks hatte er eigentlich nur im Intro angeschnitten, hat er aber nicht gezeigt. Genauso wie Alvin und die Chipmunks. Dann gab es ja noch die Super Mario Bros. Super Show. Es gab Captain N. Es gab die Zelda-Serie. Was hatten wir denn noch? Butt Ugly Martians, aber die fand ich irgendwie scheiße. Das sind so die, die mir jetzt gerade einfallen. Die hier sagen mir zum Beispiel gar nix. ... fast schon wieder eingestellt hat. Auch wenn sie zugunsten von Anime die westlichen Zeichentwick-Serien stark zurückgefahren hatten, waren auch danach noch einige Highlights dabei. Ah, genau, Samurai Showdown, die habe ich auch ganz vergessen. Und wir haben hier ja nur an der Oberfläche gekratzt. Die sagen mir jetzt auch nix. Die finden die nicht auf Netflix? Das kommt mir irgendwie von so einer Netflix-Serie bekannt vor. Da gab es noch weitaus mehr. Serien wie Alvin und die Chipmunks. Action Man. Jackie Chan und... Jo, Action Man. Den habe ich ganz vergessen. Aber nicht diesen 3D-animierten scheiß Drecks-Action Man, der zwar okay war, aber am Ende trotzdem scheiße war. Sondern ich meine den ursprünglichen Action Man. Den ersten Action Man. Der noch gezeichnet war. Der noch Amnesie hatte. Und dann immer zwischendurch... Das war immer das Geilste. Nicht nur, dass das Intro so mit so einem realen Schauspieler war. Ihr hattet immer so eine Art Einleitung dabei. Und dann kam immer dieser... Dieser muskelbepackte Action Man meint so... Hey, ich bin hier auf Mission so und so und bla bla bla. Und das schaffen wir schon. Dann fing die Folge an. Und dann hat man noch so dieses Outro gehabt von dieser Mission. Und dann hat er am Ende sozusagen nochmal so einen Tipp gegeben wie... Ja, Kinder setzt beim Fahrradfahren immer einen Helm auf. Der sieht nicht nur cool aus. Er schützt auch noch euren Kopf vor Verletzungen und sonst was. Jackie Chan. Auch legendäre Serie kann man echt sich geben. Wer hätte gedacht, dass ein Schauspieler halt eine Kinderserie macht, die halt mega gut... Also ich fand die wirklich mega gut umgesetzt auch. Und auch Spaß gemacht hat, dass die halt auch erfolgreich sein könnte. ...Adventures oder die Street Sharks, um nur eine Handvoll zu nennen. Ich habe zwar jetzt nicht nachgezählt, aber GTA 2 hatte garantiert insgesamt mindestens genauso viele Anime wie westliche Zeichentrickserien im Programm. Wenn nicht sogar eigentlich... Die Kangoo's kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Es gab aber auch noch SOS Kroko. Die findet man übrigens auch nicht mehr. Kangoo's habe ich auch, glaube ich, nirgendwo gefunden. Und der Spider-Man lief auch mal eine Zeit lang. Der lief eigentlich ursprünglich mal auf RTL, aber er lief auch auf GTA 2. Und nicht mehr Zeichentrickserien. Ich werde jetzt aber erstmal meinen Urlaub von Anime beenden und abwarten, was ihr sagt, ob wir nochmal tiefer in das Zeichentrick-Universum von RTL 2 abtauchen sollen. Bin tatsächlich sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall ein Like, Ferus. So, glaubt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche Zeichentrickserie ihr bei RTL 2 hart abgefeiert habt. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr noch weitere solche Videos sehen wollt... Natürlich, natürlich, Ferus. Ja, krass. Das war ein kleiner Nostalgie-Flash. Ist auf jeden Fall mega heftig. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Kann ich, glaube ich, nichts anderes zu sagen. Da sind auf jeden Fall einige Serien, die fehlen. Da schreibe ich ihm nochmal ein bisschen was in den Kommentaren. Vielleicht geht der darauf ein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja. Von meiner Seite aus war's das. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschau. Denn jeder, der es wagt, den Frieden zu zerstören, wird von hier fortgejagt, kriegt deine Kraft zu spüren. In dir brennt ein Feuer, die Power der Dragon Balls.